wie macht ihr das eigentlich mit auf dem bier auf voll scream auf oder ich weiß ich bin noch zehn jahre bist du drin bist ja ja weil dann kann ich sehr klar wie es geht dann kann wir sie umstellen 221 ok ich habe ja ich nehme auf ja eine neue folge pokémon und wie ihr seht ihr seht mehr vom bild das habe ich ganz toll gemacht und ich habe glaube ich auch ja bisher war bei mir ja diese hier 69 bei auflösung war ja komisch weil das bei mir bei mir ist meine ja damals sie versteht nicht mit seiner 200 auf 100 auflösung ein bisschen als die fische gibt es hier so ist aber jetzt in der folge hatte ein 3d effekt ja das ist ganz ewig warten bis die prinzessin auch mal auf den gedanken kommen auch zu kommen weil ich bin hier auf der zinnova insel ist das zu groß ich glaube skype macht dich leiser nein nein bitte nicht da ist eine pokémon lab so was vielleicht interessant ist wobei ich weiß nicht ob ich da nach beim auslosen der aufnahme sagen ist aber nicht der gute kapper freund wird wahrscheinlich in den aufnahmen jetzt weniger bis gar nicht dabei sein bei ihm wird auch kein wenn auch keine videos kommen bis joto weil irgend so ein fritz peter dachte ich lösche alle videos auf seiner festplatte ich bin geil wenn das jemand bei mir machen würde der wert tot ja auch ganz ehrlich ich habe sich aufgepasst das habe ich zwar mit lightning bist du dumm wieso ist jetzt chaos jetzt weg weil er heute nicht mitspielen kann er würde ich schon mitspielen aber er würde nicht aufnehmen weil bei ihm alles bisherige gelöscht wurde von so einem supermacht er ist scheißen gegangen und sein kumpel hat ihm anscheinend alles gelöscht ja war warum lässt ihr seinen kumpel der alleine an sein weil er zum ist ja das habe ich ja gerade gesagt aber ja ich wäre sie das immer noch nicht aber egal auf jeden fall der körper der hat aus dem kanal ein und drei und erst wieder ab joto 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 ab joto machen wir mal wieder lauter du gehen nicht ich bin auf maximale lautstärke wie bügel nein habe ich nachgesehen du bist leise wie ihr sonst was ganz einfach Anglein und die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.